Oh, sie sind wieder da. Benedicta tu in muli erebus. Etu in muli erebus. Benedictus fructus ventris tu in... Oh bitte, großer Gott, stimm es doch mal. Du und diese bösen Geister von uns weichen. Wir sind kein Futter für die Unglückseligen. Komm zu mir. Seid ihr von ihnen verletzt worden? Nein. Nein. Gut. Bring die Kinder bitte zu mir. Kommt etwas näher. Ich will mir euch mal ansehen und sicher gehen, dass es euch gut geht. Ihr hattet sicher große Angst, nicht wahr? Das kann ich mir vorstellen. Gut, du siehst unbeschadet aus. Du, was ist mit dir? Wurdest du von ihnen verletzt? Nein? Nein, das ist doch gut zu wissen. Und wie sieht's mit dir aus? Ist bloß ein Kratzer. Ist nicht so schlimm. Oh, durfte ich mal sehen. Ja, gut. Gut. Bring die Kinder weg von hier. Los. Na los, komm, gehen wir. Nein. Warte bitte kurz. Warte. Sei ruhig. Du darfst sie nicht anfassen. Ihr Körper ist infiziert.